China-verschuldete Lokalregierungen präsentieren umfassendes Konjunkturpaket Die chinesische Regierung hat ein umfangreiches Konjunkturpaket angekündigt, um verschuldeten Lokalregierungen zu helfen. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, die Wirtschaft anzukurbeln und das Wachstumsziel von 5% zu erreichen, trotz der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen. Experten sind jedoch skeptisch, ob dieses Ziel realistisch ist, da die weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheiten und die Handelskonflikte mit den USA die chinesische Wirtschaft belasten. Dennoch zeigt die Regierung mit diesem Konjunkturpaket ihre Entschlossenheit, die Wirtschaft zu stabilisieren und weiteres Wachstum zu fördern. Es bleibt abzuwarten, ob die Maßnahmen der Regierung ausreichen werden, um die wirtschaftlichen Probleme zu lösen und das angestrebte Wachstumsziel zu erreichen. Die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft wird in den kommenden Monaten genau beobachtet werden. Anfänger 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 Vielen Dank.